Bayside Affairs, Red und Rachel von Kim Valentine aus dem Written Dreams Verlag Kapitel 1 Red Die Welt um mich herum war nahezu stumm. Ich hörte lediglich das beständige Rauschen, der Filterdüse und das leise Pfeifen meiner Lungenflügel, wenn ich einen Zug vor meinem Joint nahm. Wie lange ich schon so auf der Luftmatratze im Pool unserer Villa herumtrieb, wusste ich nicht. Aber da der Joint noch nicht abgebrannt war, war vermutlich nur halb so viel Zeit vergangen, wie ich dachte. Oder besser gesagt, wie ich hoffte. Ich gönnte mir einen weiteren tiefen Zug und wartete auf das befreiende Gefühl, das Marihuana für Gewöhnliche mir auslöste. Auf die Leichtigkeit, auf den Frieden, auf die Gewissheit, dass nichts so schlimm sein konnte, wie man glaubte. Nichts geschah. Egal, wie lange ich wartete. Egal, wie oft ich es probierte. Aber wieso sollte man ein neues Resultat bekommen, wenn man es immer wieder auf dieselbe Art und Weise versuchte? Wobei. Bei meinem Marihuana-Konsum hat es schließlich auch funktioniert. Ich hatte getan, was ich seit zwei Jahren tat. Und doch bekam ich inzwischen ein vollkommen anderes Ergebnis. Die Veränderung hatte so langsam eingesetzt, dass ich unmöglich ein genaues Datum, einen Tag X, benennen konnte. Schätzungsweise hat es vor drei oder vier Wochen angefangen. Ab da hat es immer länger gedauert, bis ich nach dem Anzünden eines Joints den gewünschten Zustand erreichte. Anfangs hatte ich es auf den Stoff geschoben und daraufhin bei verschiedenen Dealern eingekauft. Allerdings war der Hoff der Erfolg ausgeblieben. Seit ein paar Tagen wirkt die Joints gar nicht mehr. Sie waren zu einem wirkungslosen Placebo geworden und dennoch rauchte ich weiter. Hetzte diesem herrlichen, friedlichen Schwebezustand hinterher, nachdem ich mich so sehr sehnte, ohne die Chance zu haben, ihn zu erreichen. Ich rannte und rannte und bewegte mich trotzdem nicht vom Fleck. Nicht einmal, wenn mir in meinem Rausch plötzlich ein imaginärer Ferrari zur Verfügung stünde, würde mir das helfen, ans Ziel zu gelangen. Vor etwas, das bereits geschehen war, konnte man sowieso nicht davonlaufen. Die Realität war wie ein straffes Bungee-Seil, das einen früher oder später zurückriss, ob man das wollte oder nicht. Die Sache mit Robby war nicht mehr rückgängig zu machen und ich konnte absolut nicht das Geringste gegen seinen derzeitigen Zustand tun. Ich konnte ihn vielleicht einholen, mich auf dasselbe Level begeben, aber selbst an den schwärzesten Tagen fand ich etwas, das mich davon abhielt, ihm zu folgen. Fakt war, mein Bruder lag meinetwegen im Koma und ich musste irgendwie damit fertig werden. Ein leises Lachen löste sich aus meiner Brust, stieg mir in die Kehle und blieb dort stecken. Damit fertig werden? Nein, das war nicht richtig, denn tief in mir wollte ich das gar nicht. Ich verdiente den Schmerz und die seelische Qual. Ein Aspekt davon war, dass ich seit zwei Jahren nicht mehr durchschlief. Ich wachte morgengrauen auf und musste erstmal all die Schuldgefühle von mir schieben, die in der Dunkelheit wieder an Gewicht gewonnen hatten und drohten, mich zu zerdrücken. Bisher hatte das einen Griff auf meinen Nachttisch erledigt, wo ständig etwas zu rauchen und ein Feuerzeug bereit lagen. Es war zur Gewohnheit geworden und vermutlich bestand genau daraus das Problem. Ich hob den Joint ein letztes Mal an meine Lippen, nahm meinen Zug und warf ihn anschließend achtlos ins Wasser. Mir war gleichgültig, ob die Überreste eventuell Probleme mit der Filteranlage verursachten. Wer auch immer sich darum kümmerte, würde schon damit klarkommen. Falls nicht, war es mir trotzdem egal. In mir war alles tot. Ich fühlte nichts mehr. Das letzte Mal, als ich etwas gespürt hatte, war vor wenigen Stunden gewesen. Ich hatte die Faust in den Spiegel in meinem Badezimmer gerammt, weil ich mein Gesicht darin nicht ertragen hatte. Das Gesicht, das fast gar nichts mit meinem Bruder gemeinsam hatte und in dem ich ihn dennoch tausendfach wiedererkannte. Kleiner, perfekter Robbie, talentierter Basketballspieler, stellvertretender Schulsprecher, der Kerl mit dem vermutlich größten Freundeskreis, den er Mensch haben konnte. Sein Lächeln war so einnehmend, dass es Steine erweichen konnte und mit 15 Jahren hat er schon mehr erreicht gehabt, als ich es je in meinem ganzen Leben tun würde. Dieser verdammte Heilige hatte kurz vor dem Unfall eine Spendenaktion organisiert, um ein Tierheim vor der Schließung zu retten. Dabei war so viel Geld zusammengekommen, dass es alle Erwartungen übertroffen und ihm sogar ein Dankeschreiben des Gouverneurs eingebracht hatte. Sein Kamerkonto musste prall gefüllt sein. Und trotzdem war nur er derjenige, der seit zwei Jahren bewegungslos und an unzählige Schläuche angeschlossen in einer Klinik irgendwo in Vermont lag. Meine Eltern hatten keine Kosten und Mühen gescheut, um den Goldjungen der Familie Mayfield zurück ins Leben zu holen und einen exorbitanten, kostspieligen Transport organisiert. Doch selbst den sogenannten Koryphäen im Norden des Landes blieb kaum eine andere Option, als einfach abzuwarten. Abzuwarten, ob Robby seine Augen wieder öffnen würde oder sie für immer geschlossen bleiben würden. Allein der Gedanke an die zweite Möglichkeit fühlte sich an, als stünde eines der Kreuzfahrtschiffe auf mir, die ständig vor Miami ankerten. Mein Brustkorb schnürte sich zusammen, trieb mir die Luft aus der Lunge und einen Moment lang hoffte ich, dass mich etwas oder jemand erlösen würde. Vielleicht musste ich mich jedoch selbst erlösen. Statt einen tiefen Atemzug zu machen, um den Druck loszuwerden, hielt ich den Atem an, starrte in die Nacht hinauf und ließ die Gedanken weiter schweifen. Was, wenn der Himmel, den ich nun sah, das letzte war? Was, wenn es die wenigen Minuten vorbei wäre? Die Vorstellung wirkte nicht halb so erschreckend, wie ich erwartet hatte. Eventuell konnte ich einen Deal mit den Allmächtigen eingehen. Mein wertloses Leben ging das meines Bruders, doch ehe ich mir ein paar Argumente zurechtlegen konnte, siegten der Atemreflex um meinen Selbsterhaltungstrieb. Mühsam holte ich Luft, redete mir dabei ein, dass Robby ein Kämpfer sei und es schon irgendwie schaffen würde. Es war nicht das erste Mal, dass ich mir dieses Mantra vorsagte. Allerdings schmeckten die Worte nach mittlerweile zwei Jahren mehr als Schal. Ich ballte die Fäuste, bemerkte, wie die frisch verkrusteten Wunden an meinen Knöcheln aufbrachen und mein Blut sich mit dem Poolwasser mischte. Mein Herzschlag wurde schwer. Ich fühlte etwas. Etwas, das sich gut anfühlte. Schmerz. Brennender, dumpfer Schmerz. Mein Puls beschleunigte sich. Ich war nicht tot und plötzlich war mir klar, was ich zu tun hatte. Kapitel 2 Rachel Es war beinahe Mitternacht, als ich aus dem Uni-Gebäude trat. Der Campus lag verlassen vor mir und ich gönnte mir eine Sekunde, um durchzuatmen. Mein Kopf fühlte sich zentnerschwer an, doch ich machte mir keine Illusion, dass es an all dem Stoff lag, den ich zusammen mit der Lerngruppe in den vergangenen vier Stunden durchgenommen hatte. Statt mir zu helfen, hatte mir das heutige Treffen nur zum wiederholten Male vor Augen gehalten, wie sehr ich mit allem hinterher hängte. Die Stipendianten, mit denen ich mich zum Lernen verabredet hatte, hatten über den Stoff gesprochen, als wäre es das leichteste der Welt. Ich hingegen hatte wieder einmal nur Bahnhof verstanden. Mara, Scarlett und Zach wurden zweifelsoß hervorragende Veterinäre werden. Ganz im Gegensatz zu mir. Die Tür, die mit einem satten Klacken hinter mir ins Schloss fiel, riss mich glücklicherweise aus den Gedanken, die mir in Kürze die Tränen in die Augen getrieben hatten. Ich warf einen Blick über die Schultern und erkannte, wie meine drei Lernkollegen den Studienraum verließen. Statt sich ebenfalls sofort auf dem Weg in ihre Wohnheimzimmer zu machen, blieben sie im Flur stehen. Es versetzte mir einen Stich, als ich sah, wie sie sich unterhielten, herumabellten und dabei lachten. Ich wünschte, ich könnte diese Leichtigkeit auch haben. Bevor ich auf den Stufen vor der Candle Hall noch einen Heulkrampf bekam, senkte ich den Kopf und eilte in Richtung Parkplatz, wo mein Wagen stand. Obwohl es in Miami nie richtig kalt war, schlang ich die Arme um den Oberkörper. Ich wollte zwar nicht nach Hause, aber ins Bett und das eine war bedauerlicherweise ohne das andere nicht möglich. Die Lerngruppe laugte mich aus. Mein Studium laugte mich aus. Genau genommen laugte mich mein ganzes Leben aus. Nie zuvor hatte ich mich so unendlich müde gefühlt. Doch diese Müdigkeit war keine von der Sorte, die mit einer guten Mütze voll Schlaf wieder verschwinden würde. Ich war regelrecht ausgebrannt. Dabei standen die Prüfungen erst in einigen Wochen an. Wie es während der Hochphase an meine Kräfte bestellt sein mochte, wollte ich mir gar nicht ausmalen. Sehnsüchtig sah ich zu dem Wohnheim hinüber, wo die meisten Zimmer im Dunkeln laden. Vermutlich waren ihre Bewohner in irgendeinem angesagten Club unterwegs, wie es Samstagabend üblich war, wenn man nicht wie ich darum kämpfte, den Unialltag samt seinen Prüfungen irgendwie zu überstehen. Nur hinter einer Handvoll Fenster erkannte ich das Flackern eines Bildschirms. Ich stellte mir vor, wie es sich meine Kommilitoninnen in ihren Betten gemütlich gemacht hatten, um sich irgendwelche Serien reinzuziehen, von denen sie vor und nach den Vorlesungen ständig redeten. Vielleicht saßen sie auch in kleinen Gruppen zusammen und lachten über einen Film, den sie streamten, während sie sich einen riesigen Becher Popcorn teilten und Bier tranken. Musste nur ich derart verbissen lernen? Ich, die vorgebliche Miss-Vorgezeigetochter? Schon in der Highschool hatte man mir diesen Spitznamen verpasst, weil ich nie etwas angestellt und kein einziges Mal die Hausaufgaben vergessen hatte. Und irgendwie hatte er es mit mir auf BSC geschafft. Ich galt als Streberin, obwohl meine Noten das völlige Gegenteil sagten. Dabei hatte ich mir nicht ausgesucht, das unsichtbare, verbissen, lernende und zugeknöpfte Mädchen zu sein. Ich hatte schlichtweg keine Zeit, um auf Partys zu gehen, weil mein Vater gewisse Erwartungen an mich stellte. Meist erdrückte er mich damit, aber da er gedroht hatte, mich vor die Tür zu setzen, musste ich irgendwie klarkommen. Ein Platz im Wohnheim hier hätte für mich ein Stück Freiheit bedeutet. Doch die waren den Stipendianten vorbehalten, die ziemlich genau 30% der Studentenschaft des BSC ausmachten. Die Restlichen waren Kinder von reichen Unternehmern, Politikern oder Anwälten. Gerüchten zufolge studierte hier auch der Sohn eines bekannten Sängers, aber ich wusste nicht, ob an der Sache etwas dran war. Ich war eine Art Außenseiterin, denn ich passte in keine dieser beiden Gruppen und war nur hier gelandet, weil mein Vater gute Beziehungen hatte und als gefragter Tierarzt gerade genug verdiente, um meine Studiengebühren stemmen zu können. Wir hatten weder eine Villa auf einer der Inseln von Miami, noch steckte in meiner Tasche eine Kreditkarte ohne jegliches Limit. Während der Rest um mich herum entweder leuchtend, bunt, lackiert oder naturbelassen war, war ich sozusagen der pastellfarbene Baustein. Sprich, ich passte nirgendwo hinein. Oh Gott, ich musste schleunigst ins Bett. Ich klang schon melodramatischer, als gut für mich war. Plötzlich hörte ich ein Geräusch, das mich vor weiteren deprimierenden Gedanken bewahrte. Ich seh auf und erkannte eine Gestalt, die sich in etwa 10 Metern Entfernung über einen Mülleimer krümmte. Anhand Körpermasse und Größe tippte ich auf einen Mann. Obwohl man mir in einem Selbstverteidigungskurs eingetrichtert hatte, Fremden gegenüber nicht allzu aufgeschlossen zu sein, ging ich einen Schritt näher. Im restlichen Miami wäre es ratsam, nun die Beine in die Hand zu nehmen, um schnellstmöglich zu meinem Auto zu gelangen. Immerhin rangierten wir auf dem landesweit Kriminalitätsindex auf einem beängstigten 24. Platz. Doch da ich mich auf dem bewachten Gelände des elitären Bayside College befand, widerstand ich dem Drang. Der Mann gab erneut ein würgendes Geräusch von sich und schwankte dabei leicht. Feiert war betrunken? Mitten auf dem Campus? Laut einer Studie zeigten rund 18 Millionen Amerikaner ein gesundheitsgefährdendes Trinkverhalten. Gehörte die Person vor mir womöglich dazu? Oder war ich auf besten Wege, in eine Falle zu tappen? Denkbar war, dass der Mann am Mülleimer nur ein Bluff war, um mich von der eigentlichen Gefahr in Form eines Komplizen, der irgendwo in den Schatten der Bäume lauerte, abzulenken. Auf dem bewachten Gelände sollte das zwar nicht passieren, aber dass die Wachleute eine Garantie für Unversehrtheit darstellen, war ein zu naiver Gedanke. Vorsichtig blickte ich über die Schulter. Es war niemand zu sehen, der auf einen Moment der Unachtsamkeit wartete. Allerdings feuerte mein, von meinem Fable, für Statistiken geprägtes Hirn mir entgegen, dass in Miami hauptsächlich Drogendelikte und Korruption die Kriminalitätsstatistik anhoben und die Wahrscheinlichkeit Opfer eines körperlichen Angriffs zu werden, eher als moderat einzustufen sei. Moderat war natürlich besser als hoch, doch es bedeutet nicht, dass die Gefahr nicht existent war. Mist, das war absolut nicht hilfreich. Um das Schicksal nicht herauszufordern, tastete ich in meiner Umhängetasche nach dem Pfefferspray, das ich stets bei mir trug und fischte meinen Schlüsselbund hervor. In einem Selbstverteidigungskurs hatte ich gelernt, dass mein Schlüssel auch als Waffe einsetzen konnte. Bisher war ich noch nie gezwungen gewesen, auf dieses Wissen zurückzugreifen, aber ich hatte keinerlei Hemmungen, diese Tatsache zu ändern, falls es nötig werden würde. Der Mann vor mir presste sich eine Hand auf den Bauch und stieß dabei in gequälte Stöhnen aus. Zum Teufel mit meiner Angst. Dort vorn brauchte jemand Hilfe. Sir, kann ich Ihnen helfen? fragte ich und näherte mich langsam. Meine Stimme klang fest, daher hoffte ich, eventuell in den Schatten lauernde Widersache erkannten, dass sie es hier nicht mit einem leichten Opfer zu tun haben würden. Hallo, brauchen Sie Hilfe? Oder ist alles okay? Da deiner Antwort auf meine Frage hörte ich ein heißeres Lachen. Dann richtete sich der Typ auf, zog eine Kremasse und spuckte anschließend auf den Boden von meinen Füßen. Der Fleck war dunkel, sodass ich darauf tippte, dass es sich um Blut handelte. Da ich gerade meinen Master machte, um später wieder Renährmedizin zu studieren, hatte ich zwar prinzipiell kein Problem mit Blut, doch das bedeutete nicht, dass ich es gut fand, wenn es unmittelbar vor meinen Zehenspitzen landete. Hin und her gerissen zwischen Sorge und Ekel startete ich auf den Fleck. Sorry, das sollte nicht dahin, aber meine Unterlippe, abgesehen davon geht es mir prächtig. Langsam löste ich den Blick von dem Blut weg auf den Boden, sah auf und erschrak.